Hallo zusammen, vor allem meine Turnerinnen. Ich will euch heute ein paar Übungen zeigen, wie könnt ihr vielleicht fit bleiben und das ist meine Assistenz, Leonardo. Präsentate Leo. Er wird heute meine Assistenz sein und zeigen Übungen, weil besser das er zeigt. Wir beginnen mit einem Turnen, die kann man machen auf einem kleinen Platz, drei bis fünf Minuten. Hey! Come on, come on! Hey! 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 Hi! gh Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.